Lungenmeridian. Lungenmeridian ist eine der Energiebahnen in der Akupunktur. Was in der chinesischen Medizin, der TCM, also der traditionellen chinesischen Medizin, als Meridian bezeichnet wird, bezeichnen wir im Yoga als Nadi, als Energiekanal. Und so gibt es viele Meridiane und die entsprechen auch den Yoga-Nadis. In der chinesischen Akupunktur spielt der Lungenmeridian eine besondere Rolle. Er wird im Deutschen abgekürzt LU. Der Lungenmeridian bezieht seine Energie aus dem Lebermeridian. Der Lungenmeridian hat eine Wirkung auf die Atemwege und auch bei Stauungen. Lungenmeridian zählt zu den Yin-Meridianen, also zu den Energiebahnen, die Yin-Energie, also weibliche Energie, transportieren.